Beim Sprechen ist das Entscheidende der Kontakt. Der Blickkontakt ist ein Teil davon. Über den Blickkontakt kann ich am leichtesten eine Verbindung aufbauen. Zu meinem Zuhörer oder zu meiner Zuhörerschaft. Wir schauen uns mal diese beiden Situationen an. Ihr habt einen einzelnen Gesprächspartner. Schaut als allererstes, dass ihr euch der anderen Person zuwendet, und zwar mit dem ganzen Körper und mit dem Blick. Wenn der andere irgendwie beschäftigt ist, dann versucht doch durch Ansprache zum Blickkontakt zu kommen. Zum Beispiel kannst du mal eben aufhören, die Spülmaschine auszuräumen. Ich möchte dir was sagen. Wenn der andere bereit ist, dann legt los. Habt ihr eine große Zuhörerschaft, ein Auditorium zum Beispiel, dann sucht den Blickkontakt immer wieder zu einzelnen Personen. Seid da aber wirklich in Kontakt mit dem, was ihr sagt. Schließt einen Gedanken ab bei einer Person. Wechselt zur anderen Person. Und kommt wieder zurück zur Mitte. Ihr könnt auch den Blick in die Mitte versenken. Etwas über die Zuhörerschaft hinaus. Und damit sind alle ein Stück weit gemeint. Fühlen sich angesprochen. Ich würde das immer abwechseln. Also einmal in die Mitte sprechen, etwas über die Zuhörerschaft und immer wieder Einzelne anschauen. Direkten Blickkontakt suchen. Die Mitte. Auch da achtet auf die Hinwendung, dass ihr mit dem ganzen Körper hingewandt seid. Das Wichtigste am Blickkontakt. Lasst ihn über das Gesagte hinaus bestehen. So. Das ist die Wirkungssekunde. In dieser Sekunde kann das, was ihr zu sagen habt, wirken. Wenn ihr im Text oder in dem gesprochenen Wort schon mit etwas anderem beschäftigt seid. Wenn ihr schon die Spannung abgebt und den Kontakt auflöst. Oder schon beim nächsten Thema seid. Verschenkt ihr alles, was ihr gesagt habt. Eure ganze Arbeit. Das Aufbauen des Kontaktes. Das Senden des Inhaltes. Die Verbindung, die entstanden ist. Das gebt ihr alles weg. Ihr wollt bis zur Wirkungssekunde den Kontakt halten. Und dann baut ihr ihn neu auf. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Probiert es aus. Erzählt mir, wie es geklappt hat. Und wenn ihr Fragen habt, ich bin immer da für einen Kontakt. Tschüss, eure Anna Magdalena.